Willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um das Vorgangspassiv. Ich werde das Ganze aufziehen anhand einer meiner Klausurfragen, aber da ich das Thema versuche möglichst komplett zu erklären, ist dieses Video nicht speziell in der Reihe zu Klausurfragen und Lösungsstrategien, sondern in der allgemeinen Reihe zu grammatischen Analysetechniken. Auch hier empfehle ich Ihnen die Vertiefung mit meiner Einführung in die grammatische Beschreibung des Deutschen. Das Buch ist Open Access veröffentlicht. Wenn Sie in die Beschreibung des Videos gehen, finden Sie einen Link, unter dem Sie das Buch kostenfrei runterladen können. Im Syntax-Teil meiner Klausuren habe ich typischerweise auch eine Aufgabe drin, wie diese hier. Die Aufgabenstellung wird Ihnen nochmal eingeblendet. Welche der folgenden Sätze können ins Vorgangspassiv, auch werden passiv, gesetzt werden? Bei den Sätzen, wo dies nicht möglich ist, geben Sie stichpunktartig an, warum das so ist. Und in den Fällen, in denen das Passiv bildbar ist, bilden Sie den Satz im Passiv. Der erste Satz, bei dem wir jetzt überlegen, ob man den ins Vorgangspassiv setzen kann, lautet, der Präsident überreicht dem General eine Medaille. Ich würde Sie als erstes jetzt bitten, mal nach den Nominalfrasen in diesem Satz zu suchen und für diese jeweils den Kasus zu bestimmen. Dazu können Sie wie immer das Video kurz anhalten. Ich hoffe, bei Ihnen kam das raus. Der Präsident ist eine Nominalfrase im Nominativ, dem General ist eine Nominalfrase im Dativ und eine Medaille ist eine Nominalfrase im Akkusativ. Die Frage ist jetzt, ob wir diesen Satz ins Vorgangspassiv setzen können. Und dazu überlegen wir, was beim Vorgangspassiv passiert. Ich setze voraus, Sie haben da schon mal was von gehört. Im Prinzip ist ja das Passiv eine Veränderung der Valenz eines Verbs. Das heißt, wir haben hier bei diesem Verb überreichen ein Nominativ, ein Dativ und ein Akkusativ. Und mit diesen Kasus und diesen Ergänzungen des Verbs passiert was, wenn wir das Passiv bilden von überreichen. Also wurde überreicht. Und zwar wird der Nominativ gestrichen, der Akkusativ wird zum Nominativ und wenn da jetzt noch ein Dativ ist, mit dem passiert einfach überhaupt nichts. Das heißt, wenn die Aufgabe ist zu schauen, ob man diesen Satz passivieren kann und Sie haben das nicht intuitiv sowieso schon alles verinnerlicht, dann folgen Sie einfach ganz stur diesem Ablauf. Was ist der Nominativ zu einer Medaille? Das ist ein Femininum. Das heißt, formal ändert sich hier nichts, weil der Nominativ und der Akkusativ vom Femininum gleich aussehen. Ich habe gesagt, in erster Näherung fällt der Präsident raus. Das heißt, wir verzichten auf den. Der Dativ verändert sich nicht beim Vorgangspassiv. Das heißt, der bleibt ein Dativ. Naja, und jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Verbform verändern. Und Sie sehen, ich habe schon Platz gelassen. Damit ist der Satz ins Passiv gesetzt. Und jetzt überlegen Sie sich eigentlich nur noch, geht das? Ist der Satz okay, so wie er da steht, oder nicht? Ich finde den völlig okay. Sie wahrscheinlich auch. Damit ist die Frage beantwortet. Dieser Satz kann ins Passiv gesetzt werden. Wir könnten hier jetzt natürlich noch von dem Präsidenten oder so etwas hinzufügen. Wir wissen, dass der Nominativ des Aktivs als Präpositionalphrase mit von hier wieder auftauchen kann. Aber das müssen wir nicht. Und in 90% aller Fälle, wo Sie ein Passiv bilden, im echten Leben sozusagen, im sprachlichen echten Leben, verschwindet der Nominativ tatsächlich einfach. Der Regen rinnt in den Garten. Machen Sie doch jetzt bitte Folgendes. Suchen Sie die Ergänzungen und Angaben zu dem Verb rinnen in diesem Satz und bestimmen Sie deren Form im Sinne von Kasus und präpositionaler Form. Ich hoffe, Sie haben das hier rausbekommen. Wir haben hier Nominativ. Das ist eine Ergänzung. Und dann haben wir hier in den Garten. Das ist eine Präpositionalphrase mit in. Und wir brauchen uns jetzt gar nicht groß zu überlegen, ob das eine Ergänzung oder eine Angabe ist. Denn mit PP-Ergänzungen und mit Angaben passiert beim Vorgangspassiv gar nichts. Die bleiben einfach so, wie sie sind. Die Anweisung ist dieselbe. Wir würden den Nominativ streichen bei der Passivbildung. Wenn dann Akkusativ wäre, würde er zum Nominativ. Es gibt aber keinen Akkusativ. Und wir müssen das Verb natürlich in die passende Form setzen und brauchen das Hilfsverb. Das heißt, wie sähe der Satz aus? Wir hätten die unveränderte Präpositionalphrase. In den Garten wird geronnen. Der Nominativ fällt weg. Ja, geht dieser Satz. Wenn Sie mich fragen, dann ist der ungrammatisch. Das liegt aber mitnichten, wie man in erster Näherung vielleicht jetzt denken könnte, wenn man nur das sieht bisher, daran, dass hier kein Akkusativ vorliegt. Das wird manchmal in der Schule noch unterrichtet, dass man einen Akkusativ braucht, um das Passiv bilden zu können. Das ist natürlich falsch. Und das sehen wir jetzt gleich am nächsten Beispiel. Der Satz ist, heute badet Jana im Bodensee. Finden Sie auch hier wieder alle Ergänzungen und Angaben und machen Sie sich Gedanken darüber, welche Form im Sinne von Kasus, Präpositionalform und so weiter Sie haben. Es kommt folgendes heraus. Jana ist ein Nominativ. Heute ist eine Adverbphrase. Im Bodensee ist eine Präpositionalphrase mit in, wie im letzten Satz. Wenn wir den jetzt passivieren sollen, folgen wir wieder der Anleitung, wie das Vorgangspassiv gebildet wird. Wir streichen den Nominativ. Alle Adverbphrasen sowie alle Präpositionalphrasen bleiben unverändert. Wir brauchen darüber hinaus hiervon das Partizip und das Hilfsverb werden. Wie sähe also der Satz aus? Heute wird im Bodensee gebadet. Dieser Satz geht einwandfrei. Sie sehen, dass dieser Satz hier kein Nominativ enthält. Dieser Satz hat kein Subjekt. Wird gebadet. Heute im Bodensee. Fertig. Nicht jeder Satz hat ein sogenanntes Subjekt, also einen verbregierten, kongruierenden Nominativ. Und auch das wird manchmal in der Schule gelehrt. Jeder Satz braucht ein Prädikat und ein Subjekt. Das stimmt nicht. Dieser Satz hat kein Subjekt. Und der ist völlig normal. Das ist ein sogenanntes unpersönliches Passiv. Was Sie aber sehen ist, dieser Satz hier oben, der Aktivsatz, hat kein Akkusativobjekt. Trotzdem können wir das Passiv bilden. Warum geht das hier und im Fall vorher ging das nicht? Bevor wir das beantworten, schauen wir uns noch den letzten, sehr einfachen Satz an. Es regnet. Das Verb ist regnen, ganz offensichtlich. Und jetzt überlegen wir uns wieder ganz kurz, was sind die Ergänzungen und Angaben und was ist ihre Form im Sinne von Kasus, Präposition und so weiter. Da müssen wir uns nicht lange Gedanken machen. Wir haben nur das S außer dem Verb. Und das S ist ein Nominativ. Und jetzt folgen wir wieder ganz mechanisch dem Rezept fürs Passiv, wenn man das so nennen möchte. Der Nominativ im Aktiv wird eliminiert. Das Verb wird in die entsprechende Form gesetzt und durch das Hilfsverb ergänzt. Da käme jetzt erstmal raus, wird geregnet. Wir können auf jeden Fall sagen, das ist nicht grammatisch. Jetzt kann das natürlich theoretisch hier daran liegen, dass das Vorfeld nicht besetzt ist und wir im Deutschen das Vorfeld in einem Aussagesatz immer besetzen müssen. Da könnten wir jetzt versuchen, ein Adverb einzusetzen oder das Vorfeld S. Zu den verschiedenen Sorten von S müssen wir wohl auch nochmal ein Video machen. Wir probieren das also einfach mal aus. Heute wird geregnet. Das klingt auch nicht gut. Der Satz wäre auch ungrammatisch. Und dann versuchen wir es nochmal mit dem S im Vorfeld statt des Adverbs. Und das ist eine Strategie hier, die Sie durchaus verwirren kann, denn das ist natürlich jetzt ein anderes S als dieses S. Und ich sage natürlich, aber ich weiß, dass das gegebenenfalls erstmal nicht so natürlich aussieht. Es wird geregnet, ist aber auf jeden Fall auch kein grammatischer Satz. Das heißt, es regnet, ist auf jeden Fall auch ein Satz, den man nicht passivieren kann. Und was wir hier gesehen haben, ist, dass die Strategie tatsächlich ist, versuchen Sie umzusetzen, was für das Passiv charakteristisch ist. Das heißt, Sie streichen den Nominativ des Aktivs, Sie verändern die Verbform und fügen das Hilfsverb werden hinzu. Falls da ein Akkusativ ist, machen Sie den zum Nominativ, der Rest bleibt gleich. Und dann kommt, wie wir gesehen haben, ein Satz raus, der ist entweder grammatisch oder nicht. Und jetzt machen wir uns ganz kurz noch Gedanken darüber, warum das manchmal grammatisch ist und warum manchmal nicht. Die Verben überreichen und baden waren passivierbar, die Verben rinnen und regnen nicht. Überreichen hatte ein Nominativ, Akkusativ und Dativ, baden hatte ein Nominativ und rinnen und regnen hatten jeweils nur ein Nominativ. Wir sehen auf jeden Fall, es liegt nicht am Akkusativ, dass wir ein Verb passivieren können, dann könnte man ja baden nicht passivieren. Ging aber. Heute wird im Bodensee gebadet. Die wichtige Generalisierung beim Passiv ist aber, dass diese Nominative hier nicht einfach nur Nominative sind, sondern einen sogenannten Agents bezeichnen. Das heißt, jemanden, der willentlich handelt im weiteren Sinn. Wenn Sie etwas überreichen oder baden gehen, tun Sie das willentlich. Wenn etwas rinnt oder es regnet, dann ist das nicht willentlich. Das Wasser, was da rinnt, tut das ja auf Basis einfach nur physikalischer Gesetzmäßigkeiten, die auf es wirken. Und das ist die große prototypische Generalisierung. Die muss man eigentlich ein bisschen genauer formulieren und da gibt es dann so Fälle, die erstmal aussehen, als würden Sie dem widersprechen. Aber wenn Sie zum Beispiel jetzt einfach anfangen, deutsche Texte zu lesen und schreiben sich einfach mal die Verben raus, die Sie da im Passiv gesehen haben, dann müssen Sie typischerweise viele hundert Verben im Passiv sehen, bevor eines dabei ist, das dieser großen Generalisierung nicht entspricht. Sie brauchen einen Nominativ, der eine willentlich handelnde Person bezeichnet oder als solche verstanden wird. Das kann dann auch mit Tieren und so weiter passieren, auch wenn wir vielleicht sagen, die handeln nicht willentlich, aber das sind dann so Sätze, wo wir eindeutig sehen, denen wird jetzt das zugesprochen, dieses willentliche Handeln. Bei Regnen weise ich Sie noch auf eine Besonderheit hin, das ist aber nur für die, die es besonders interessiert. Hier bezeichnet der Nominativ gar nichts. Hier das Wasser rinnt in den Garten, bezeichnet der Nominativ wenigstens ein Objekt, nämlich das Wasser. Bei Regnen, es regnet, dieses S bezeichnet gar nichts. Das ist also nicht nur einfach kein Agenz, sondern das ist einfach ein gar nichts. Auf jeden Fall wäre die Antwort in diesen Fällen jeweils relativ klar. Bei diesen beiden ein agentivischer Nominativ, bei diesen nicht und entsprechend lassen sich die Sätze passivieren oder nicht. Wenn Sie das drauf haben, dann haben Sie eigentlich mit dem Vorgangspassiv vermutlich in Klausuren, in Einführungsveranstaltungen keine Probleme. Und das war es dann auch schon wieder. Vielen Dank soweit. Vorschläge und Kritik schreiben Sie mir doch in die Kommentare. Ich freue mich über jeden. Like, Dislike, Kommentar, Subscribe und über Nachrichten, die Sie mir auf anderen Kanälen schicken. Und dann bis zum nächsten Mal.